Macht einfach einmal hier mitgekommen. Das ist der Wahnsinn. Also wer sich jemals fragt, warum er den Zweifel eigentlich macht, der soll einfach mal einmal hier reinlaufen. Und das beantwortet einfach alle Fragen. Ich muss mich jetzt nie wieder fragen, warum ich hier mache. Das ist das auch mal ein bisschen raus. Sebastian, da kommt der dritte Mann. Ich glaube, das zählt mir jetzt. Einfach einmal genüßt. Wir haben die Werte mit ihm. Bernd, du siehst hier aus, die Römer, wo seid ihr? Und wir sehen, die Spanische Brattel, Professor Bronstow mit Gönnen, aus Spanien. Ihr kommt hier auch mal rein, in diesem fantastischen, geringen Wieser Obermeisterschaft von 2015. Und so mit Gönnen-Gönnen aus Spanien. Ich glaube, es nicht so, dass er nicht so gut geht. Ich glaube, es schwer kommt jetzt wirklich zu sagen. Ich glaube, es hört sich Programm an.